In der Weinakademie in Rust wurde vor 25 Jahren der Verein Renommierte Weingüter Burgenland gegründet. Mittlerweile bewirtschaften die RWB-Winzer 370 Hektar in den besten Lagen im ganzen Burgenland und exportieren ihre Spitzenweine in 30 Länder weltweit. Also ich bin stolz, dass es unser Verein schon 25 Jahre gibt. Was mir ganz wichtig ist, ist auch, dass wir familiengeführte Weingüter sind. Wir haben ja das Wort Weingüter bewusst in unserem Namen der Gruppe, weil es eben in der Region verwurzelte Betriebe sind, die von Familien geführt werden. Die RWB ist eine Vereinigung führender Weinbaubetriebe des Burgenlandes und eine einzigartige Vereinigung ebenfalls, weil die RWB als einzige Winzervereinigung das ganze Burgenland, also eine ganze Weinbauregion abdeckt. An die 50 nationale und internationale Spitzenplatzierungen bei renommierten Weinprämierungen wurden in den 25 Jahren RWB erreicht. Der österreichische Wein, wer nicht dort war, heute ist international ohne die renommierten Weingüter, die heute in den Bars, in den Restaurants von New York, von Tokio, rund um die Welt zu kosten zu trinken sind. Auf weitere erfolgreiche 25 Jahre!